Hallihallo, herzlich willkommen in der wunderschönen neuen Folge von Warthunder, ja, weiter geht's mit der, ähm, sagen wir mal, Aufnahme und ja, wir haben jetzt hier den wunderschönen Panzer, wir haben ja noch Reservepanzer, den machen wir mal, äh, achso, nicht auf Fronturlaub, ähm, Forschung und kaufen uns, mal, wann der, hier, ein mittelschmerzen Panzer, wählen die Mannschaft aus, und gehen mal in die Modifikation, alles klar, äh, Mannschaft, gut, dann machen wir hier mal ein bisschen Vitalität und sowas, Lichtschütze, Vitalität, alles klar, verarbeiten wir das mal, und ja, ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich's will, und machen dann nochmal eine Panzerschlacht, weil ich ne, ich tue jetzt gerade Aufnehmen und Verändern gleichzeitig, und ich nehme jetzt diesmal ein anderes Aufnahmeprogramm, mal DxTory, ähm, ich hoffe, die Aufnahme wird dann, ein bisschen besser, hoffe ich mal, wenn nicht, dann hab ich Pech, äh, ja, werden wir einfach mal sehen, wie das Ganze dann funktioniert, ähm, ja, mit DxTory steig ich immer noch nicht hinter, weil nämlich, komischerweise, wenn ich aufnehme, hört man nur meine Stimme, und das Spiel, im Hintergrund, so leise, und ich weiß nicht warum, entweder, kann mir das jemand in den Kommentaren unten schreiben, unten drunter schreiben, der so kommt, so guckt, oder auch gegebenenfalls, der Clare ist, und so weiter, ähm, ähm, wäre nämlich sehr schön zu wissen, äh, woran das liegt, äh, weil, Preps hat immer wieder Einbrüche, warum auch immer, ähm, ich weiß auch nicht wieso, und weshalb, und, ähm, ich weiß auch nicht wieso, und, ja, und Pipapo, hier, guck mal, wir haben bei C3, haben wir acht, ähm, acht Leute, nämlich vier, ähm, gehen, 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 nicht, ob man das hört, okay, jetzt wird, ragen, ich werde, so, äh, gut, toll, natürlich, nachmittags, ähm, ich go, ah, hier war den Amerikanern, Vieh, ah, Spiel wird beigetreten, ah, gut, alles klar, ich habe es geschafft gut ich habe ein ping von 100 was habe ich das gerade gesehen ich habe nichts ich lade auch gar nicht noch um kann sein ich so das machen ja dann nehme ich in die stelle bombe mit bitte standard als weg als weg munitions geschützt kannst du genau und tag alles klar so machen wir zurechtkommen aber ich merke schon jetzt habe ich die gegner aus dem blick verloren verdammt alles klar alles klar hier sind die flags mal sehen einfach stark doch meine hohle schütte gut alles klar ich wurde abgeschossen von der flag ist natürlich nicht so schön abgeschossen von der flacke das ist doch sowas von wahnsinnig das ist sowas aber wie gesagt fünf fahrzeuge mit einem schlag weg das gefällt mir nämlich schon mal ok flugzeug zerstört alles klappt das ruckelt zwar ein bisschen ein klitzekleines bisschen ja gut gut jetzt wird jetzt hat er mich erwischt ja komm war ja ja ist klar natürlich nicht so gut ich bin nicht so gut empfiehlen amelie mit pappen fahren aber die 8 von 37 das ist doch nicht wahr das ist doch echt ja Das tut dann... Ich bin gleich noch nicht gut, ja. Werte das? Ich hab noch gemachscht, ja. Ah, ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. wirklich ich kriege ich noch dich kriege ich noch weil das ist das ist wahnsinn gut auf ergebnisse warten okay wir haben verloren das ist natürlich sehr 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 tragisch aber damit also das ist echt das gelaufen wie nichts alles klar premium bonus ist natürlich nicht schlecht wir haben noch 48 tage das kann mehr vorschlag gut neues flugwerk alles klar alles klar eine neue forschung die haben wir die einzelne das ist hier mittels schwere bombe da haben wir das nämlich auch erst mal ein flugwerk kaufen mit sicherheit neue 20 mm kapseln ja ansonsten so alles klar gut da man schönes neues flugzeug dann würde ich sagen war das eine ganz kurze folge heute eine mannschaft oh ja da kann man noch ein bisschen was verteilen genau an den vitalität ja ein bisschen die ausdauer und da alles klappt gut damit ich sagen was für diese folge auch mal ein bisschen leider etwas kurz ich bedanke mich für zuschauen